Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. Ihr habt es gesehen an der Überschrift, wir gehen in einen Bereich, den ich bis jetzt noch nicht gemacht habe und zwar, wir haben zwar schon öfter Tagebücher oder Feldpostbriefe oder Aufzeichnung von Soldaten oder Einsatzberichte uns vorgenommen oder hier vorgestellt oder wir haben die aufgearbeitet, aber ich habe noch kein Kriegstagebuch einer Panzereinheit vorgetragen. Das ist auch manchmal ein bisschen trocken. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal mit Kriegstagebüchern zu tun hatte in der Dienstzeit. Es gibt es tatsächlich heute noch, also es werden in den Einsätzen Kriegstagebücher geführt und ich hatte auch schon das Vergnügen, mehrere Berichte für Kriegstagebücher beizusteuern. Da muss man wissen aber, dass Kriegstagebücher eigentlich so ein, ich sage mal, so ein Ablauf ist oder damit man nachvollziehen kann, meine Güte, was so eine Einheit gemacht hat. Also wird dann die Stärke eingetragen, was passiert ist, wo gekämpft wurde, Wetter und so weiter und so fort. Und das alles zusammen wird in dieses Kriegstagebuch geschrieben, damit man so einen dokumentierten Nachweis hat, was ist überhaupt passiert. So, das war zum Thema Kriegstagebuch. Ich habe vor einiger Zeit das Kriegstagebuch der Panzerabteilung 2107, also 2107, in die Finger bekommen und diese Panzerabteilung 2107 hat unter der Panzerbrigade 107 gekämpft und wurde auch später umbenannt in die Panzerabteilung 5. Also sehr viele Bezeichnungen, aber wir halten uns erstmal bei der 2107 fest. So, aufgestellt wurde diese ganze Einheit im Juli 1944, also recht spät. Und dieses Kriegstagebuch startet auch im Juli und geht bis Januar 1945. Soweit ich das bis jetzt durchblicken konnte und ich habe es mir ja nicht in Gänze durchgelesen, ich habe immer nur Anteile mir rausgepickt und reingeguckt, wie interessant das ist. Und es ist das, was ich gesehen habe, sehr interessant und ich denke mal, es ist es auf jeden Fall wert, hier vorzutragen. Und diese Einheit sollte, wie gesagt, an die Ostfront verlegt werden. Das ist aber nicht mehr passiert, sondern die wurden dann in Holland eingesetzt und später auf deutschem Reichsgebiet. Das heißt, die haben hauptsächlich gegen Alliierte Verbände, also gegen Engländer und Amerikaner, ich glaube hauptsächlich sogar gegen Amerikaner gekämpft. Und was dieses Tagebuch oder das Kriegstagebuch ja ganz besonders macht, ist ja immer der Fahrzeugbestand, der jeden Tag wieder eingetragen wird. Das heißt also, was an Fahrzeugen wurde vernichtet, was wurde wieder repariert, was wurde der Truppe zugeführt, was ist verloren gegangen. Und ich finde, das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man so sieht, wie schnell diese Truppenteile dahin schmelzen und wie die auch vernichtet werden. Wir gehen ja mal davon aus, der große Vaterländische Krieg, Panzer, Panzer, wir werden gegenseitig abgeschossen. In diesem Kriegstagebuch ist es aber in der Regel so, dass die Panzer und diese Brigade bestanden nur aus Pantern und noch ein paar Jagdpanzer, ein paar Flammenpanzer, aber die Hauptwaffe war halt der Panther, also Panzer 5. Und wir auf die Dinge abgeschossen wurden durch Nachkampfmittel, durch feindliche Pack, auf Minen gefahren, also you name it. Also so richtig Abschuss durch einen anderen Panzer kommt sicherlich drin vor, ist mir aber jetzt noch nicht aufgefallen. Und das, finde ich, macht es wieder so ein bisschen besonders. Ich werde das auch so konstruieren, dass ich die Teile so vortrage. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile das werden. Das ist also ganz neues Gebiet jetzt gerade. Ich habe auch gerade erst damit angefangen und ich werde auch sehen, was ich an Fotomaterial zusammenkriegen kann. Aber in der Regel werde ich von dieser Einheit natürlich keine Panther-Bilder kriegen. Deswegen werde ich Standardbilder da reinblenden, so ein bisschen für den Hintergrund. Das Schöne ist aber, der das Kriegstagebuch geführt hat, hat auch ein paar Karten gezeichnet. Die können wir bei bestimmten Kämpfen noch mit einblenden. Aber ansonsten werden natürlich Standardbilder so ein bisschen für die Kämpfe, um die Kämpfe zu veranschaulichen, damit eingeblendet. So, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Teile das werden. Wir starten einfach mal damit und gucken mal, wie weit wir kommen. Und vielleicht holt das euch auch ein bisschen ab. Für auf jeden Fall die Panzerverliebten ist es super interessant und ist natürlich jetzt nicht so sehr reißerisch geschrieben, aber es ist halt sehr informativ. Und ich glaube, das ist mal was anderes. Also ich verspreche mir da sehr viel von. Also auch, dass ich da eine Menge von lernen kann. Wir kennen ja nun Peter und wir kennen Rudolf und wir kennen Karius und wir kennen Bölter und Kispel und Wittmann. Aber hier sieht man wirklich, wie Tag für Tag diese Panzerabteilung immer mehr der Vernichtung entgegen geht. Und der verlorene Kampf gegen eine riesengroße Übermacht. Und da steigen wir jetzt ein. Los geht's. 30. Juli 1944. Mit dem 30. Juli 1944 besteht die Panzerabteilung 2107, die der Panzerbrigade 107 unterstellt. Die Restteile der Panzerabteilung 5 bilden den Stamm der neuen Abteilung. Die Aufstellung wird auf dem Truppenübungsplatz Milau Lager 2 durchgeführt. 31. Juli. Die Abteilung kommandiert 20 Panzerbesatzungen nach Erfurt zur Panzerersatz- und Ausbildungsabteilung 1 zwecks Umschulung auf Panther. Dergangsdauer 2. August bis 12. August 1944. Außerdem werden für die gleiche Zeit 6 Kommandanten, 10 Richtschützen, 21 Panzerfahrer und 10 Ladeschützen, zugleich Funker, nach Neuruppin zur Panzerersatzabteilung 5 kommandiert. 1. August. Alle Angehörigen der Abteilung werden zu einer Kompanie unter Führung von Hauptmann Heidel zusammengefasst. Dienstbetrieb, allgemeine Ausbildung, Sport, politischer Unterricht, technischer Dienst. 2. August keine besonderen Vorkommnisse. 3. August. 32 Spezialisten, Panzerschlosser, Panzermotorenschlosser, Panzer-Elektriker werden in der Zeit vom 7.8. bis 9.9. zu Lehrgängen ins Reich kommandiert. Zur Firma Miag Braunschweig 22 Mann. Nach Paderborn 8 Mann. Nach Nürnberg 2 Mann. 4. August. Keine besonderen Vorkommnisse. 5. August. Die Panzer-Kompanie fährt zum Baden nach Praschnitz. 6. August. Der am 6.8. eingetroffene Leutnant Stöhr wird als Nachrichtenoffizier unter gleichzeitiger Ernennung zum Gerichtsoffizier der Abteilung zum Stab versetzt. 7. August. Der Panzer-Werkstatt-Zug wird mit sofortiger Wirkung der Brigade unterstellt und scheidet damit aus dem Verband der Abteilung aus. Die Abteilung erhält ab sofort folgende Feldpostnummer. Stab 27225 A, Versorgungskompanie 27225 B, 1. bis 4. Kompanie 27225 C bis Erft. Mit Wirkung vom 30. Juli 1944 werden 11 Mannersatz zur Abteilung versetzt. Aus Kulm treffen drei Schirrmeister ein, die zur Versorgungskompanie versetzt werden. 6. August. Keine besonderen Vorkommnisse. 9. August. Acht Panzer-Getriebeschlosser werden in der Zeit vom 14.8. bis 26.8. zu Lehrgängen bei der Firma Daimler-Benz Berlin-Marienfelde kommandiert. 10.8. Keine besonderen Vorkommnisse. Allgemeine Ausbildung. 11. August. Leutnant der Reserve Gundlach wird mit Wirkung vom 1.8. als Zugführer, zweite Kompanie unter gleichzeitiger Erinnerung zum Gasoffizier zur Abteilung versetzt. Die Abteilung erhält 36 Mannersatz. Davon drei Mann vom Panzergranadieregiment 35, ein Mann vom Panzergranadieregiment 119, 25 Mann von der Panzerersatzabteilung 15 Sagan, sieben Mann von der Panzerersatzabteilung 10 in Zinten. 12. August. Hauptmann Krone fährt zum Lehrgang für Versorgungskompanieführer nach Hankensbüttel. Dauer 15.8. bis 22.8. Der Oberwerkmeister-Meeting trifft von Schule Mott-Wünsdorf ein und wird zur Versorgungskompanie versetzt. Mit der Führung der Abteilung ist Hauptmann Heindl mit der Versorgungskompanie Leutnant Gundlach beauftragt. 13.8. Die Abteilung erhält drei Mannersatz. 14.8. Aus Neuruppin werden 59 Mann und aus Erfurt drei Mann zur Abteilung versetzt. Mit der Masse Panzerbesatzung. Oberfenrich Leithoff wird zu einem zweitägigen Lehrgang nach Berlin kommandiert. Unterweisung am MG 151. Hauptmann Ahn von der Ersatzbrigade Großdeutschland trifft bei der Abteilung ein und wird als Kompanieführer zur dritten Kompanie versetzt. 16.8. Die Abteilung erhält drei Mannersatz. Abteilungskommandeur Major von Plüskow trifft bei der Abteilung ein. 17.8. Kommandeur fährt über Arbeitsstab Drechsler nach Berlin zur Erledigung der Personal- und Geräteanforderung. Oberleutnant Stöhr von der Panzerersatz- und Ausführungsabteilung 1 Erfurt trifft zur Abteilung und wird als Kompanieführer zur zweiten Kompanie versetzt. Außerdem erhält die Abteilung fünf Mannersatz. 18.8. Versorgungskompanie fährt zu einer Filmveranstaltung. 19.8. Versorgungskompanie zum Baden nach Praschnitz. 20.8. Ein Mann als Panzer-Motoren-Schlosser zur Abteilung versetzt. 21.8. Leutnant Graf von Brockdorf-Aalfeld, Panzerersatzabteilung 5 Neuruppin trifft zur Abteilung und wird als Zugführer zur zweiten Kompanie versetzt. 22.8. Leutnant Schaller übernimmt die Leitung der Nachrichtenausbildung für die gesamte Abteilung. 23. Gemäß Anweisung kommandiert die Abteilung 16 Mann zum Heeres-Panzerzeugamt Paderborn-Sennelager zur Abholung von acht Pantern. Leutnant Lutz und zwei Unteroffiziere vom Umschulungskommando Neuruppin zurück. Leutnant Prez und 45 Unteroffiziere vom Umschulungslehrgang Neuruppin zurück. 25.8. Kommandeur trifft bei der Abteilung ein. Sieben Mann zum Maultier-Lehrgang zur Kraftverausbildungskompanie kommandiert. Leutnant Roth kehrt mit 75 Mann von einem Lehrgang in Erfurt zurück. 26.8. Kommandeur wird zu einer Aufstellungsbesprechung zum Hauptquartier befohlen. Acht Panther werden vom Bahnhof Milau abgeholt. Leutnant Grundlach zur Führerreserve Heeresgruppe Mitte versetzt. Hauptmann Krone verabschiedet sich von der Abteilung. 27.8. Sieben Unteroffiziere und Mannschaften treffen von der Panzerersatzabteilung Neuruppin ein. Kommandeur kehrt nachts von der Besprechung aus dem Hauptquartier zurück. 28. August Alle Kommandos werden durch Fernschreiben verständigt, dass sie sofort hierher zurückkehren müssen. Chefbesprechung über Ausbildungsplan 26 Mannschaften treffen von der dritten Ausbildungsabteilung für Werkstattpersonal wieder ein. Major von Plüskow wird für die Dauer der Abwesenheit des Majors von Malzahn mit der Führung der Brigade beauftragt. Zwei Pkw-Fahrer, zwei Getriebeschlosser, vier Sprechfunker und drei Panzerwarte werden an die Panzerbrigade 105 abgegeben. 29.8. Drei Befehlswagen vom Bahnhof Milau abgeholt. 30.8. Acht Panther vom Bahnhof Milau abgeholt. Hauptmann Brunnes übernimmt Versorgungskompanie. 31.8. Drei Unteroffiziere von der Panzerersatzabteilung 5 Neuruppin zur Abteilung versetzt. 1. September Einschießen der Kampfwagen von der 1., 2. und 3. Kompanie auf Schießbahn 8. 17 Panther vom Bahnhof Milau abgeholt. Der Versorgungskompanie wird der Flak-Zug in Stärke von 5 zu 14 zugeführt. 2. September Übungsschießen sämtlicher Kompanien auf Schussbahn 8 in Verbindung mit kleinen Kompanieübungen. Abends Funk-Rahmenübungen sämtlicher Kompaniechefs und Zugführer. Vierte Kompanie entsendet ein Kommando von 11 Mann nach Breslau zur Abholung von 11 Panzern 4-70 Jagdpanzer. Drei Nachrichtenmechaniker zur Abteilung versetzt. Zwei Krankenpanzer SPW werden von Milau für die Sanitätsstaffel abgeholt. 3. September Erste und Dritte Kompanie schießen auf stehende und bewegliche Ziele. Kommandeur Panzerbrigade kehrt vom Lehrgang zurück. 4. 9. 1. und 2. Panzerflakgruppe wird geschlossen in Stärke von 4 zu 25 einschließlich Waffen und Gerät der Abteilung aus Schwetzingen zugeführt. 1. und 3. Kompanie schießen wir an den Vortagen. Neun Mann ersetzt treffen bei der Abteilung ein. Offizierausbildungsvortrag über Versorgungskompanie. Um 22.30 Uhr wird die Abteilung alarmiert. Abmarschbereitschaft ist herzustellen. 5. 9. 44. Vierte Kompanie bezieht 10 Kilometer westlich Krynologia Stellung und ist Kampfgruppe Major Steger Lager 1 unterstellt. Um 4 Uhr meldet die Abteilung die Einsatzbereitschaft. 30 Wagen einsatzbereit. Alarmbereitschaft bleibt aufrechterhalten. Die Einheiten machen technischen Dienst. 6. September 1944. Sieben Mann zur Abteilung versetzt. Kommandeur, Adjutant und Kompaniechefs fahren zur Geländeerkundung für die Brigadeübung am 8. 9. 44. Oberleutnant Altstadt wird als Kompanieoffizier zur Abteilung versetzt. 7. 9. Die Abteilung gibt eine geschlossene Kfz-Instandsetzungsgruppe in Stärke von 21 Mann an aufgestellte Einheiten im Lager 1 ab. Oberzahlmeister Polter trifft wieder bei der Abteilung ein. Aufgrund der Alarmbereitschaft beschränkt sich die Ausbildung auf Unterricht und Sandkastenausbildung. 8. 9. Um 4 Uhr rückt die Abteilung zu einer Brigadeübung im Raum westlich Mycho ab. Der allgemeine Übungsverlauf ist zufriedenstellend. Rückkehr der Abteilung um 14 Uhr. Anschließend technischer Dienst. Die Abteilung erhält 26 4,5 Tonnen Diesel. Oberleutnant Bolt wird laut Brigadebefehl von der Abteilung versetzt. Oberleutnant Altstadt übernimmt mit dem heutigen Tage die Geschäfte des Kfz-Offiziers. Ein Funker zur Abteilung versetzt. 18 Uhr Brigade Planspiel. Teilnahme sämtliche Offiziere und Beamte. Anschließend Offiziersabend der Panzerabteilung. 9. September. Leutnant Feil wird als Ordnanzoffizier zur Abteilung versetzt. Major von Püskow fährt mit Brigadekommandeur nach Allenstein zum Arbeitsstab Drechsler zu einer Besprechung. Die Versorgungskompanie hält im Lager ein Kompanieabend ab. 10. September. Die Abteilung erhält 27 PKW, Opel Olympia, außerdem 4 Feldküchenwagen, die nach Königsberg zum Spezialumbau in Marsch gesetzt werden. Kommandeur kehrt von Allenstein zurück. Erste Kompanie hält Kompanieabend ab. 11. September. Leutnant Finteisen trifft zur Abteilung ein und wird zur Versorgungskompanie versetzt. Leutnant Klaus auf Sonderurlaub nach Wien. Überzählige der Abteilung werden nach Neuruppin versetzt. 12. September. Ein Mann nach Neuruppin versetzt. Die Brigade stellt eine Feldersatzkompanie auf. Hierzu kommandiert die Abteilung 18 Mann des überzähligen Personals. Leutnant Rot kehrt aus dem Lazarett aus Allenstein zurück. Kommandeur und Adjutant fahren zur 4. Kompanie ins Lager 1 zur Besichtigung der neu eingetroffenen 11 Panzerjäger 4L70. 6 Opel Blitz von Milau abgeholt. 13. September. Die Abteilung erhält zwei Kettenkräder. Die Kompanien halten Vollzeitigkeitsappelle in Bekleidung und Gerät ab. Die Versorgungskompanie beginnt mit dem Beladen der Fahrzeuge. Die Abteilung erhält 10 Diesel. 15. September. 15 Uhr Brigadeappell in Verbindung mit Feldgottesdienst. Leutnant Lutz kehrt aus dem Lazarett aus Allenstein zurück. Die Abteilung erhält den Verladebefehl und verlet ab 20 Uhr am Bahnhof Milau. 15. September. Die Einheiten beladen ihre Fahrzeuge. Die Transportführer stellen die Transporte zusammen und bereiten den Abmarsch vor. Stab und Erste Kompanie rücken am Abend ab und verladen. 16. September. Die weiteren Transporte folgen am 16. und 17. Der Transport geht über Posen, Berlin, Magdeburg, Seesen, Hamm nach Venlo. Etwa 50 Kilometer westlich von Düsseldorf. 17. 9. Die Transporte sind auf der erwähnten Strecke unterwegs. Marsch verläuft ohne Zwischenfälle. 18. September. Stab und Erste Kompanie werden vormittags in Venlo ausgeladen. 2. und 3. Kompanie laden in Röhrmont aus. 19. September. Die Restteile der Abteilung, vorwiegend Versorgungskompanie, laden in Röhrmont aus. 1. und bis 4. Kompanie marschieren im Morgengrauen nach Mehl und weiter nach Helmond. Dort erhält die Brigade Einsatzbefehl für den Angriff auf die Brücke südlich Sonn. Bei einbrechender Dunkelheit ist der Abschnitt vor der Brücke erreicht. Ein Panzer der 2. Kompanie durch Nahkämpfer mit Ofenrohr abgeschossen. Der Angriff auf die Brücke von Sonn wird fortgeführt, stößt jedoch auf starken Widerstand und vor allem auf unpassierbare Geländehindernisse. 2 Panther werden durch Feindpack abgeschossen. Die Brigade setzt sich ab nach Nedervetten. Gegner ist überholend vorgestoßen und schießt im Ort 2 Panther ab. Ebenfalls werden 2 Shermans vernichtet. In den Abendstunden sehr starke Bereitstellung des Gegners im Brigadeabschnitt. Das 86. Armeekorps befiehlt das Absetzen der Brigade allgemeine Linie ostwärts Nünen und angrenzende Ortschaften. Die Abteilung bezieht Bereitstellung 2 Kilometer hinter der HKL. Am Nachmittag stößt Gegner nach. Abteilung wird zur Bereinigung eines kleinen Einbruchers in Geriden angesetzt. Die 4. Kompanie gelingt der Abschuss von 2 Shermans. Gegen Abend starker Feindruck auf Südwestausgang Helmont. Die Abteilung wird dort zur Sicherung der Absetzbewegung eingesetzt. Zwei Sherman werden abgeschossen. Feindlicher Vormarsch aufgehalten. Neuer Versammlungsraum der Brigade Nordostwärts Helmont. Eigene Verluste. 3 Mann gefallen. 3 Mann vermisst. 4 Mann verwundet. Panzerverluste. 2 Panther abgeschossen. 1 Wagen gesprengt. 22.09.1944 Die Brigade wird einer Kampfgruppe unter Führung des Oberst Walter unterstellt, um neuen Kampfauftrag durchzuführen. Die Brigade stößt dazu über Barkel dem Hotel Gammert Erb nach Fegel mit dem Auftrag die Brücke Südostwärts Degel zu sprengen. Eigener Angriff bleibt im Südortsteil nach zweimaligem Versuch liegen. Sehr starke Abwehr. Es gelingt drei Sherman, ein Spähwagen, zwei Pack und mehrere Lkw in Fegel zu vernichten. Leutnant Klaus erhält mehrere Treffer. Der Wagen brennt aus. Eigene Verluste. 2 Mann gefallen. 3 Mann vermisst. 1 Mann verwundet. Panzerverluste. 1 Wagen. 23.09.1944 Auf Fegel wird erneut angetreten. Zunächst gutes Vorankommen, dann feindlicher Gegenangriff. Das Feuer der feindlichen schweren Waffen hält eigene Bewegung völlig nieder. Gegen Mittag greift die Abteilung auf Befehl von Oberst Walter nochmals Fegel an, muss aber wieder in die alte Ausgangsstellung zurück. Major von Plüschko fällt durch Kopfschuss im Turm des Wagens, der unmittelbar darauf bei durchschlagendem Treffer ausbrannte. Leutnant Stör erlitt Verbrennung an beiden Händen. Die übrige Besatzung kann ausboten. Am Nachmittag feindlicher Angriff nach starker Feuervorbereitung. Zur gleichen Zeit überfliegen starke Luftlandeverbände in geringer Höhe die eigene HKL Richtung Osten. Die Brigade bezieht neue Stellung ein Kilometer weiter rückwärts zwischen Fegel und Erb. Eigene Erfolge. Zwei Sherman und zwei Flugzeuge vernichtet. Eigene Verluste. Kommandeur der Abteilung gefallen. Leutnant Stör verwundet. Panzerverluste. Ein Befehlswagen abgeschossen. 24.09.1944. Brigade löst sich im Morgengrauen vom Feind und bezieht neue Stellung am Nordrand von Germert. Tagsüber keine Feindbüro. Verpflegungskompanie liegt in Horst. Am Nachmittag erhält die dritte Kompanie Einsatzbefehl zum Vorstoß auf Dörne. Sechs Sherman werden vernichtet. Leutnant Peetz seit dem 23.09. vermisst. 25.09. Erneutes Absetzen der Brigade vom Feind. Die Abteilung verlegt in das Waldstück ein Kilometer nordöstlich Fenray. Ufts Pfeffer fährt den Wagen 123 drei Kilometer vor der HKL fest, sodass er am Abend in Folge anrücken des Gegners gesprengt werden musste. Besatzung schlägt sich geschlossen durch zur eigenen HKL. Vor einem Bruch der Dunkelheit erhält die Abteilung Verlegungsbefehl mit sieben Panthern in den Raum südlich Ovalon. Die vierte Kompanie hält den Auftrag feindliche Panzerangriffe auf Oblo von Westen her zu zerschlagen. Eigene Erfolge, eine Karette wird vernichtet. Eigene Verluste ein Panther zwei Kilometer auswärts dem Mortell gesprengt. 26.09. Im Laufe des Tages wird 4 Kilometer nördlich Ovalon eine Sicherungslinie aufgebaut. Sechs Panther werden in dieser Linie in Stellung gebracht. Der Verein stellt sich mit starken Kräften in Oblo bereit und führt gegen unsere Linie Aufklärungsvorstöße. Eigene Erfolge, keine. Eigene Verluste, ein Mann gefallen, ein Mann vermisst. Panzerverluste, ein Panther wird abgeschossen. 27.09.1944 Feind fühlt weiterhin mit Infanterie und Panzern gegen unsere Sicherungslinie vor. Leutnant zu Stege als NO zur Abteilung versetzt. Die Verpflegungskompanie verlegt von Horst nach Stadt Strehlen. Eigene Erfolge, zwei Feindpanzer, Churchill abgeschossen. Eigene Verluste, Leutnant Kuhn vermisst, ein Mann verwundet. 28.09. Aus der Werkstatt treffen mehrere instand gesetzte Wagen bei der Abteilung ein. Insgesamt sind 14 Panzer, 4 Panzerjäger und 3 Flaggpanzer einsatzbereit, wovon 10 Panther und 2 Panzerjäger in der Sicherungslinie am Westrand Ovalon zur Straßensicherung in Stellung stehen. Abteilungsgefechtsstand im Arbeitsdienstlager 1 Kilometer südlich Ovalon. Dort auch Reserve der Abteilung. Eigene Erfolge, drei Schermen werden vernichtet, eigene Verluste, keine. 29.09. Die Abteilung hat einsatzbereit 15 Panther, drei Panzerjäger, drei Flaggpanzer, 1 Sun SPW. Der Feind drückt stärker als an den Vortagen mit Infanterie und Panzer aus Ovalon gegen unsere Sicherungslinie. Stellenweise dringt feindliche Infanterie in den Wald ein, wird aber im Gegenstoß wieder geworfen. Eigene Erfolge, ein Feindpanzer abgeschossen. Eigene Verluste, ein Mann gefallen. Ein Panzer von Wilhelms wird abgeschossen und brennt aus. 30.09. Die Abteilung hat einsatzbereit 13 Panther, fünf Panzerjäger, drei Flaggpanzer und einen Sun SPW. In der Nacht vom 29. zum 30. wird die vorgeschobene Sicherungslinie in die HKL in Linie Ovalon-Müllern-Fortum zurückgenommen. Die Kampfwagen werden zur Verstärkung der HKL eingesetzt. Tagsüber schiebt sich der Gegner vor und nimmt Fühlung mit HKL auf. Abteilungsgefechtsstand zwei Kilometer südlich Ovalon. Eigene Verluste, keine. Eigene Erfolge, keine. 1.10. Feind tritt von Westen her mit Infanterie und Panzer auf Ovalon zum Angriff. Im Laufe des Tages werden wiederholte Versuche des Feindes auf Ovalon durchzustoßen vereitelt. Insgesamt werden im Laufe des Tages zehn Feindpanzer, vier Lkw und einige kleinere Fahrzeuge des Feindes vernichtet. Eigene Verluste, ein Mann gefallen. 2.10. Abteilung hat einsatzbereit 12 Panther, vier Panzerjäger, zwei Flaggpanzer und einen Sun SPW. Der Feind wiederholt seine Angriffe wie am Vortag mit sehr starker Atelierunterstützung, Fliegereinsatz und mit Infanterie und Panzerkräften. Es gelingt erneut alle Angriffe abzuschlagen. Ein Einbruch beim linken Nachbarn wird im nächtlichen Gegenstoß bereinigt. Es gelingt im Laufe des Tages elf Feindpanzer zu vernichten. Eigene Verluste, ein Mann verwundet. Ein Panzer wird durch zweimaligen Angriff von etwa 15 Jagdbombern durch Bordwaffen und Bomben außer Gefecht gesetzt. 3.10. Feind versucht nach einer Umgruppierung von Norden her Ovalon zu nehmen. Es gelingt erneut den Angriff abzuschlagen und zwei Feindpanzer zu vernichten. Außer stärker Artillerie und Fliegertätigkeit keine besonderen Vorkommnisse. Eigene Verluste, ein Mann verwundet. 4.10. Feind tritt mit starker Artillerieunterstützung konzentrisch auf Ovalon zum Angriff an. Es gelingt ihm von Norden und Westen im Abschnitt Paul in die HKL einzudringen, welche sich aber am Ortsrand wieder fängt und allen weiteren Angriffen standhält. 6 Feindpanzer werden abgeschossen. Eigene Verluste, ein Mann verwundet. Leutnant Stachelscheid verwundet, ein Mann gefallen. Ein Panzerjäger durch Artillerievolltreffer in Brandgeschossen. Abteilungsgefechtsstand verlegt nach zwei Volltreffer im Hause an Straße Ovalon, Wernai 3,5 km südlich Ovalon. Leutnant Görbing trifft als Ersatz bei der Abteilung ein und wird der 4. Kompanie zugeteilt. 5.10. Abteilung hat einsatzbereit neun Panther, zwei Panzerjäger, zwei Flakpanzer und einen San SPB. In den frühen Morgenstunden ein eigener Gegenangriff nördlich Ovalon. Tagsüber mehrere Feindangriffe die sämtlich scheitern. Eigene Erfolge, drei Feindpanzer abgeschossen. Die vorgeschobene Staffel Instandsetzung bringt fünf Gefangene ein. Eigene Verluste, ein Mann gefallen, ein Mann verwundet. 6.10. In der HKL keine besonderen Vorkommnisse. Leutnant Graf Brockdorf erbeutet im Handstreich einen amerikanischen PKW in Ovalon und nimmt dabei einen schwerwundeten Hauptmann und seinen Fahrer gefangen. Außerdem fallen ihm wichtige Unterlagen in die Hände. Leutnant Roth und Leutnant Graf Brockdorf werden mit dem EK2 ausgezeichnet. Das am 04.10. ausgefallene Stürmgeschütz wird durch Bergepanzer geborgen. 7.10.1944. Kommandeur fährt zur vorgeschobenen Staffel Instandsetzung und Verpflegungskompanie und Infanteriezug. Der Abteilung werden sämtliche EK1 und EK2 zugewiesen. 8.10. und 9.10. keine besonderen Vorkommnisse. 10.10. Abteilung hat einsatzbereit 14 Panther, 5 Panzerjäger, 2 Flaggpanzer, 1 Sann SPW. In der Nacht vom 9.10. wird ein Panther durch Artillerie-Treffer beschädigt. 11.10. Leutnant Kleinhans trifft in der Abteilung ein und wird der 4. Kompanie zugewiesen. 12.10.1944. In den Vormittagsstunden tritt der Feind nach starker Artillerie-Vorbereitung zum Angriff an. Im Verlauf des Kampfes muss Ovalon aufgegeben werden. 13.10. Eigene Verluste 1 Mann gefallen, 5 Mann vermisst. 14.10. Eigene Erfolge 5 Feindpanzer abgeschossen. 15.10. Panzerverluste 2 Panther. 13.10. Feind greift den ganzen Tag über südlich Ovalon und in den Waldstücken 2 Kilometer westlich davon an. 14.10. Leutnant Görbing 4. Kompanie schießt mit 2 Panzerjägern 4 Feindpanzer ab. Ein Feindflugzeug wird durch den 3,7 Zug getroffen und erreicht mit starker Rauchfahne feindliche Linie. Auf Befehl des Kommandierenden Generals des 86. Armeekorps übergibt Major von Malzahn die Führung der Brigade am Major Volker. Brigade Gefechtsstand verlegt nach Wansdun. Eigene Erfolge 4 Feindpanzer abgeschossen. Eigene Verluste keine. 14.10.1944. Vor Tagesanbruch wiederholte starke Feuerüberfälle auf eigene HKL. Im Abschnitt Kerut greift Feind am Nachmittag nach starkem Trommelfeuer mit Infanterie und Panzern an. Weitere Angriffe beiderseits der Straße Overloh-Venray und bei Schofferden. Die HKL wird an den Kanal der als Panzerhindernis ausgebaut ist zurückgenommen. Eigene Erfolge 13 Feindpanzer abgeschossen. 2 Panzer bewegungsunfähig geschossen. Eigene Verluste 1 Mann gefallen. 3 Mann vermisst. 15.10. Abteilung hat einsatzbereit. 10 Panther. 8 Panzerjäger. 2 Flakpanzer. 1 Sun SPW. Die Abteilung bleibt in breiter Front beiderseits der Straße Fenray Overloh in Stellung. Etwa 400 Meter südlich des Kanals. Vormittag verläuft im Allgemeinen ruhig. Nachmittags lebt Störfeuer auf. Feind gräbt sich vor unseren Stellung ein. 16.10. Im Morgengrauen Umgruppierung der Abteilung. Dritte Kompanie bezieht 1,5 Kilometer südlich Smagt Bereitstellung. Bei Tagesanbruch zweieinhalbstündiges starkes Trommelfeuer auf eigene Stellung. Feind tritt zum Angriff auf Fenray an. Kommandeur und Adjutantwagen und sämtliche Flakpanzer fallen durch mehrere Artillerievolltreffer aus. Im Verlauf des Kampfes wird die HKL an den Nordrand Fenray zurückgedrückt. Die Abteilung erhält von der Brigade eine Funkstelle, also ein SPW, von der aus Hauptmann Arendt die Abteilung führt. Vorgeschobene Staffel Instandsetzung verlegt über die Mars in den Ort Aachen. Eigene Erfolge, zwei Feindpanzer abgeschossen, eigene Verluste, zwei Mann gefallen, zwei Mann verwundet. Panzerverluste und Offizier Meinke sprengt seinen Wagen. 17.10.1944. In der Nacht verlegt die Abteilung als Eingreifsreserve nach Bruxe, vierte Kompanie, stellt sich in Vollern bereit. Feind greift weiterhin an den bisherigen Schwerpunkten an. Am Nachmittag Einsatz der Abteilung zur Bereinigung, eine Einbruchstelle, zweieinhalb Kilometer nordwestlich Ostrum. Hauptmann Werber trifft als Kommandeur der Abteilung ein und übernimmt ab 18.10. die Führung der Abteilung. Eigene Erfolge, zwei Feindpanzer vernichtet. Eigene Verluste, keine. 18.10.1944. Abteilung hat einsatzbereit vier Panther, sieben Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein Sann-SPW. Die Abteilung wird der 81. Infanteriedivision Oberst Klosterkämper unterstellt. Bereitstellung beziehen in Overnbrück, vier Panzerjäger in Lünen, vier Panther und westlich Lull drei weitere Panzerjäger. Starke Angriffe mit Panzerunterstützung der 11. britischen Panzerdivision dringen bis Feulen vor. Abteilung wird zum Gegenstoß eingesetzt und kann Feulen bis zum Einbruch der Dunkelheit halten. Vier Feindpanzer werden abgeschossen. Oberleutnant Klinger und Leutnant Plaas erhalten Panzertreffer und fallen aus. Eigene Erfolge, fünf Feindpanzer vernichtet. Eigene Verluste, drei Mann gefallen, ein Mann vermisst, zwei Mann verwundet. Panzerverluste, zwei Panzerjäger. 19.10.1944. Im Morgenrauen bezieht die Abteilung zu Klinge, Kilometer südwestlich, Carstenray, Bereitstellung. 20.10. Abteilungsgefechtsstand verlegt nach sie folgen. Leutnant Kleinhans wird bis auf weiteres als Ordnanzoffizier zur Brigade kommandiert. 21. und 22.10. keine besonderen Vorkommnisse. 23.10. Die Abteilung verlegt aus dem bisherigen Bereitstellungsraum zweieinhalb Kilometer südwestlich, Carstenray, in den Raum 1 Kilometer nordostwärts Horst. Zahlreiche Erkundungen werden zwischen Carstenray und Heidegebiet fünf Kilometer südlich Amerika durchgeführt. 24.10. Kommandeur fährt zur Versorgungskompanie, sonst keine besonderen Vorkommnisse. 25.10. Aus dem Bereitstellungsraum werden zahlreiche Erkundungen durchgeführt und Anmarschwege für verschiedene Einsatzmöglichkeiten beschildert. 26.10.1944. Abteilung hat einsatzbereit sieben Panther, vier Panzerjäger, zwei Flakpanzer, ein Sann-SPW. Abteilungsgefechtsstand verlegt von Sie folgen in den Bereitstellungsraum nordostwärts Horst. 27.10. bis 29.10. keine besonderen Vorkommnisse. 31.10.1944. Abteilung liegt weiter im Bereitstellungsraum nordöstlich Horst. In der Nacht zum ersten Alarmierung der zehn Panther. Marschziel Ospel, zwei Kilometer ost-nordost Nederfährt. Panzerjäger verbleiben im alten Raum. 1.11.1944. Im Morgennebel schiebt sich Abteilung südostwärts an Ospel heran. Nachmittags Feindangriffe von Norden und Westen, die abgeschlagen werden können. 2.11. Abteilung steht bei Horik und Ostwärts Nederfährt in Stellung und ist auf Zusammenarbeit mit Bataillon Fischer angewiesen. Am Nachmittag lebt starkes Artilleriefeuer auf. Feind tritt mit JABO Unterstützung Infanterie und Panzern von Norden zum Angriff an. Zwei Feindpanzer werden vernichtet. Zwei weitere bewegungsunfähig geschossen. Abteilung hält Befehl neue Bereitstellungsräume in Struppen 1 Kilometer nördlich Roggel zu beziehen. Dritter Elfter. Dritte Kompanie steht beim Kloster Maria Höwe am Kanal in Stellung. Am Nachmittag wird bei gewaltsamen Aufklärungsvorstößen des Feindes ein Panzer abgeschossen. Eigene Verluste. Drei Mann verwundet. 4.11.1944. Abteilung hat einsatzbereit. 9 Panther, 6 Panzerjäger, 3 Flakpanzer, 1 Sun SPW. Der kommandierende General des 86. Korps, General der Infanterie Obstfelder besucht den Abteilungsgefechtsstand und gibt mündlichen Befehl über Einsatzmöglichkeiten. Sonst keine besonderen Vorkommnisse. Eigene Erfolge ein Feindpanzer vernichtet. 5.11. Feind greift Kanal Brückenkopf in Merjell konzentrisch an. Abteilung wird alarmiert und marschiert über Roggel näher Helden Bering an den Helena Kanal ostwärts Merjell heran. Ein Kriegsberichter der Waffen-SS nimmt kurze PK Berichte auf. Eigene Erfolge ein Feindpanzer vernichtet. Eigene Verluste ein Mann verwundet. 6.11.1944. Abteilung hat einsatzbereit 7 Panther, 6 Panzerjäger, 3 Flakpanzer und 1 Sun SPW. Bei Tagesanbruch steht Hauptmann Arendt nördlich Mail und die restlichen Wagen am Helena Kanal. Tagsüber Störungsfeuer. Am Nachmittag schiebt Feind, Panzer und Infanterie nach vorne. Der Befehlswagen vernichtet 3 Churchill. In der Nacht Stellungswechsel der Abteilung. Ohne dritte Kompanie in den Raum 2 Kilometer nördlich Sturben. 7.11.1944. Hauptmann Arendt wird mit der Führung der Abteilung beauftragt. Hauptmann Ferber wird mit Wirkung vom 6.11. zur Panzerabteilung 190 nach Italien versetzt. 8.11. Abteilung erhält Verlegungsbefehl in einen neuen Raum. Hierzu marschieren Kampfstaffel und vorgeschobene Staffel in den Raum Strehlen. 9.11. Das Übersetzen der Kampfwagen über die Mars wird im Morgengrauen beendet. Kampfwagen 132 rollt aus nicht zu klärenden Gründen zu weit über die Fähre und stürzt ins Wasser. Dabei drei Mann ertrunken. Leutnant Plaas ist am Vormittag tödlich verunglückt. Am Abend Verladen der Abteilung. Erster Transport in Brejl. Zweiter Transport in Kaltenkirchen. Dritter Transport ins Strehlen. 10.11.1944. Bei diesem Wetter verleuchtet Transport planmäßig und ohne Behinderung aus der Luft. Fahrstrecke Siegen, Wetzlar, Offenbach, Frankfurt, Worms in den Raum Baumholder. 11.11. Die Transporte rollen auf der vorgeschriebenen Fahrstrecke. 12.11. Bei Tagesanbruch treffen die Transporte im Raum Baumholder ein. Anschließend Abmarsch in das Truppenübungsplatzlager. Kommandeur und Adjutant nehmen Verbindung mit der 25. Panzergarnadierdivision auf. Die Abteilung wird als selbstständige Panzerabteilung 25 in die Division eingegliedert. 13.11. Die Einheiten beziehen nach vorgesehenem Plan im Übungsplatzlager Quartiere. Sonst keine besonderen Vorkommnisse. 14.11.1944. Tagsüber technischer Dienst, Putzen und Flickstunde und Waffen reinigen. Am Abend findet für die Abteilung eine Feierstunde mit Verleihung von Auszeichnung statt. 15.11.1944. Die Abteilung wird laut Divisionsbefehl mit Wirkung vom 15.11. in Panzerabteilung 5 umbenannt. Am Abend trifft von der Heeresgruppe Verlegungsbefehl für Abteilung in den Raum Merzig ein. 16.11.1944. Abteilung hat einsatzbereit acht Panzer, vier Panzerjäger, drei Flakpanzer, ein SPW. In den Morgenstunden rückt die Abteilung über Nofelden, Toley, Lebach, Losheim nach Merzig ab. Ankunft im neuen Raum 17.11.01.1 Uhr. Versorgungskompanie zieht den Oppen unter. 18.11.1944. Abteilung hat Befehl bis zum Anbruch des Tages, sich im Waldstück 800 Meter Ostwärts Obenesch bereitzustellen. Die Division gibt Befehl zum Gegenstoß gegen eingebrochenen Feind im Raum Burgess. Es gelingt den Feindangriff aufzuhalten und zwei Feindpanzer abzuschießen. 19.11. Neue Bereitstellung der Panzer im Waldstück ein Kilometer nördlich Gerhangen am rechten Flügel Division. Durchbruch feindlicher Panzer. Die Abteilung wird zum Auffangen dieses Stoßes drei Kilometer westlich Hilbringen eingesetzt. Zwei Feindpanzer werden abgeschossen. Den ganzen Tag über starke Fliegertätigkeit und Angriffe aus der Luft. Am Vormittag wird Merzig bombardiert. Eigene Verluste, zwei Mann verwundet. 20.11. Abteilung hat einsatzbereit. Fünf Panter, zwei Panzerjäger, einen Flakpanzer, einen SPW. Abteilung verbleibt über Nacht in bisheriger Stellung. Gegen Mittag greift Feind mit Infanterie und Panzern an. Starker Regen behindert die Sicht. Zwei Feindpanzer werden abgeschossen. Die vorgeschobene Staffel verlegt nach Merchingen. 21.11. Panzer weiterhin im Heidwald in Stellung. Am Vormittag Aufklärungsvorstoß des Gegners mit zwei Panzern. Beide werden abgeschossen. Am Nachmittag treten Panther und Infanterie zum Gegenangriff durch Heidwald an. Am Abend ist Ziel erreicht. Ein Verbindungsoffizier vom Panzerstützpunkt OB West nimmt Verbindung mit Abteilung auf. Grund bevorstehende Auffrischung. Eigene Verluste, zwei Mann verwundet. 22.11. Abteilungskommandeur befiehlt die Bergung, der am Vortage beim Gegenstoß durch den Heidwald erbeuteten Feindpanzer. Ein fahrbereiter Sherman rollt zurück und wird aufgrund schlechter Sicht der Verhältnisse von eigenen Panzern beschossen. Eigene Verluste, ein Mann gefallen, zwei Mann verwundet. 23.11. Die Abteilung erhält im Raum der Division Verlegungsbefehl in den Raum St. Ingbert. Am Abend löst sich die Kampfstaffel vom Feind und marschiert über Saarbrücken in den neuen Raum. Versorgungskompanie sammelt in Oppen. Leutnant Schneider stellt in Mondorf zwei feindliche Panzer für die Abteilung sicher. Zwei Panzerjäger der vierten Kompanie werden unter Führung von Leutnant Görbing bis auf weiteres der Panzerjägerabteilung 25 unterstellt. Oberleutnant Grosche trifft bei der Abteilung ein und wird als Kompanieführer der ersten Kompanie eingesetzt. 24.11. Abteilung hat einsatzbereit zwei Panther, zwei Panzerjäger, ein SPW. Die Abteilung marschiert am Nachmittag in den neuen Raum. Kampfkompanien I-Staffel und Werkstatt ziehen in Niederwürzbach Versorgungskompanie in Hassel unter. 25.11. Oberleutnant Höcker meldet sich bei der Abteilung und wird als Kompanieführer als Votokompanie eingesetzt. Die Kompanien richten Quartiere ein. Adjutanten in Verbindung mit Division auf. Gefechtsstand in Tal. 26.11. Die Abteilung arbeitet an der Wiederherstellung ihrer Einsatzbereitschaft. Am Abend Offiziersbesprechung für die Kompanien. Kinovorstellung in Hassel. 27.11. Am Vormittag nehmen sämtliche Offiziere und Portopé-Träger der Abteilung in einer Kriegsgerichtsverhandlung gegen Feldwebel Veit Versorgungskompanie teil, der sich insbesondere krasser Form der aufrührerischen Ungehorsams schuldig gemacht hat. 28.11. Kommandeur fährt zur Division Technischer Dienst der Kampfkompanie, Abends Kinovorstellung. 29.11.1944. Einsatzbereit zwei Panther, zwei Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein SPW. Abends trifft der Befehl der 25. Panzergrenadierdivision ein, wonach die einsatzbereiten Panzer sofort zum Einsatz zu bringen sind. Auf Vorstellung der Abteilung gestattet die Division Aufschub der Inmaßschätzung der Abteilung aus Niederwürzbach bis zum 30.11.44.22 Uhr. 30.11. Im Laufe des Tages werden die letzten beiden in der Abteilung befindlichen Panther einsatzbereit gemacht. Die Instandsetzungsgruppen mit Teilen der Werkstatt marschieren um 21.30 Uhr, die Kampfstaffel mit 10 Panthern und 4 Panzerjägern um 22 Uhr aus Niederwürzbach ab. Versorgungskompanie bezieht die frei gewordenen Unterkünfte in Niederwürzbach. 1.12. Abteilung hat einsatzbereit 10 Panther, drei Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein SPW. Bei dem in der Nacht durchgeführten Marsch in den Einsatzraum fallen aus ein Panzerjäger mit der Nummer 423. Die 25. Panzergrenadierdivision gibt den Auftrag einem Abschnitt des Panzergrenadierregiments 1935 bei Rimsdorf erfolgten Einbruch der 6. amerikanischen Panzerdivision durch Gegenstoß zu bereinigen. Hierzu wird die Abteilung im Waldstück südlich der Höhe 283 ein Kilometer südlich Domfessel aufgestellt. Bei der ungeklärten Lage erhält eine Kampfgruppe von vier Panthern unter Führung von Oberleutern Grosche mit Leutnant von Brockdorf den Auftrag, längs der Straße Domfessel Rinsdorf aufzuklären. Die Durchführung des Auftrages wurde durch das von Artilleriefliegern gut geleitete, konzentrierte Artilleriefeuer auf die vorfühlende Kampfgruppe sehr behindert. In der Nähe der Höhe 363 gerieten die Fahrzeuge in das Abwehrfeuer feindlicher Panzer, wobei die Panzer 122 und 223 völlig vernichtet werden, deren Kommandanten Oberleutnant Grosche und Leutnant Graf von Brockdorf-Aalfeld seitdem vermisst. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Panzer in der Nordspitze des Fürstenwaldes, ein Kilometer südostwärts Domfessel, zur Versorgung zurückgezogen. Versorgung in der Ortschaft Lorenzen. Eigene Verluste Oberleutnant Grosche, Leutnant Graf von Brockdorf und drei Mann vermisst. 2.12.1944 Am 12.2044 bekommt die Abteilung in Auftrag mit ihren Panzern einen aus dem Einbruchsraum bei Rinsdorf drohenden Durchbruch nach Domfessel zu verhindern. Hierzu geht der Panther von Feldwebel Schneider, 3. Kompanie und der Jäger von Leutnant Görbing, 4. Kompanie am Rande des Waldstückes, 1 Kilometer südlich Domfessel so in Stellung, dass sie die Straße Rimsdorf-Domfessel mit ihrem Feuer beherrschen. Die übrigen Wagen gehen am Westrand des Fürstenwaldes mit Schussfeld auf die Straße Rimsdorf-Domfessel in Stellung. Am Nachmittag tritt der Amerikaner mit etwa 8 Panzern und Infanterie zum Angriff an. Im Feuergefecht zwischen amerikanischen Panzern Typ Sherman und den Pantern von Feldwebel Schneider, der bereits am Vorabend infolge technischen Schaden bewegungsunfähig geworden war und dem Jäger von Leutnant Görbing werden zwei Feindpanzer der Angreifenden mit Sicherheit vernichtet. Totalvernichtung durch Aussprennen. Drei weitere Feindpanzer bewegungsunfähig geschossen. Besatzung Boten aus. Eigene Verluste, zwei Mann verwundet. 3.12.44 Abteilung hat einsatzbereit drei Panther und einen SPW. Am 3.12.44 wird die HKL zurückgenommen, weil es mangels ausreichender Grenadiereinheiten nicht gelang, den am 2.12.44 vorgedrungenen Feind zurückzuwerfen. Die Orte Domfessel, Lorenzen und Dimmeringen bleiben als Brückenkopf vor der Straße Hagenauser Brücken in unserer Hand. Panzerabteilung 5 hat den Auftrag vom Westrand des Grunewaldes aus, den Kampf des Panzergarnadierregimentes 119 Major Volker zu unterstützen und aus dem Raum Dimmeringen angreifende Feindpanzer spätestens im HKF zu vernichten. Im Laufe der Mittagsstunden gelingt dem Feind ein Einbruch in den Südteil des Grunewaldes mit 6-8 Panzern und einem Regiment Infanterie. Panzerabteilung 5 wird zur Abwehr der Feindpanzer in Richtung auf das Forsthaus Grunewald abgedreht. Bei einer Fußerkundung stoßen der Kommandeur, Kommandanten und Richtschützen 300 Meter Ostwärts des Forsthauses auf amerikanische Infanterie. Mangels fehlender eigener Grenadiere zur Feuerunterstützung werden die Panzer zurückgenommen und sichern. Auf die Bitte der Abteilung zur Begleitung des Panzerangriffes Grenadiere zur Verfügung zu stellen, kommandiert die 1. Abteilung Panzergrenadierregiment 119 ein Unteroffizier und 5 Mannschaften, die für die Durchführung der Aufgabe in keiner Weise ausreichen. 4.12.1944 Abteilung hat einsatzbereit 3 Panther, 1 SPW. Am 04.12.1944 ist die HKL im Wesentlichen unverändert. Die Abteilung wird der Kampfgruppe Major Volker unterstellt und auf enge Zusammenarbeit mit der Panzerjägerabteilung angewiesen. Die Panzer beziehen ihre Stellung vom Vortage am Nordostrand des Grunewaldes mit Schussfeld auf Dimmering und die Straße von Dimmering nach Montbron. Im Zuge mehrerer Großangriffe im Raum der 25. Panzergrenadierdivision und der Panzerleerdivision am 04.12.1944 tritt der Feind auch in der Mittagsstunde zu einem Angriff längs der Straße aus Dimmering her mit Panzern an. Wie an den Vortagen gelingt es auch am 04.12.1944 der Panzerabteilung 5 mit ihren Panzern einen drohenden Einbruch zu verhindern. Feldwebel Sieber, Dritte Kompanie, schießt mit seinem Panzer aus 300m Entfernung einen Sherman in Brand und vernichtet ihn völlig. Die übrigen Panzer drehen ab. Die gegnerische Infanterie gibt sich 500m vor der deutschen HKL ein. Die Versorgung die am Vorabend am Nordrand des Grunewaldes durchgeführt wurde, muss infolge eines vom Feind erzielten Einbruches bis vor Ratsweiler in den Südwestteil des Montbronner Waldes in die Nähe von Ziegelhof verlegt werden. Der am 01.12.1944 in Bütten eingerichtete Gefechtsstand der Abteilung wurde im Zuge der Absetzbewegung nach Montbron verlegt. Der Hilfsarzt der Abteilung, der am 01.12.1944 in Lorenzen einen Truppverbandsplatz eingerichtet hatte, am 03.04.1944 in Bütten untergezogen war, musste am 04.12.1944 ebenfalls nach Montbron verlegen. Die übrigen Teile der Abteilung sind zur Zeit mit der vorgeschobenen Staffel in Giesingen, mit der I-Gruppe und Teilen der Werkstatt in Groß und Rechingen, mit dem Abteilungsarzt in Rohrbach, mit der Versorgungskompanie in Niederwürzbach und die Werkstatt in Duttweiler bei Saarbrücken untergebracht. Am 04.12.20 Uhr trifft bei der Abteilung der Befehl ein, wonach die Division aus der bisherigen Linie Volksberg-Dimmeringen in einem Zuge etwa 10 bis 12 Kilometer absetzt auf die neue HKL Lemberg-Euchenberg-Klein-Rederchingen. 5.12.1944. Im Laufe der Nacht setzt sich die Division unter Zurücklassung von Nachtruppen ab, wobei Panzerabteilung 5 den Auftrag erhält, das Vorgehen des Feindes im Raum von Enchberg, Montbran auf den Straßen Neubau, Montbran, Eschenberg und Giesberg zu verzögern. Der Abteilung Gefechtsstand wird nach Lambach verlegt. Der 5.12. bleibt für die Abteilung ohne Feindberührung, da der Feind im Divisionsabschnitt nur zögernd nachfolgt. Am gleichen Tage wird die vorgeschobene Staffel und fliegende Werkstatt aus ihrem bisherigen Unterkunftsraum auf den Befehl der Division in den Raum von zwei Brücken in der Pfalz verlegt, da die bisherigen Unterkunftsorte in den Kampfabschnitt des rechten Nachbars der 11. Panzerdivision fallen. Vorgeschobene Staffel in Mittelbach, drei Kilometer südlich zwei Brücken, fliegende Werkstatt und I-Gruppen in Hengstbach westlich davon. 6.12. Die Abteilung hat einsatzbereit fünf Panther, ein Panzerjäger, ein SPW. Die Abteilung erwartet weiterhin im Raum Montbran den Feind, ohne aber dass es zu einer Gefechtsführung kommt. Schon am Vortage war die gegenüberstehende 4. amerikanische Panzerdivision im Abschnitt des rechten Nachbars scharf nachgedrängt, wobei es zu Gefechten mit den Nachtruppen der 11. Panzerdivision gekommen war. 6.12. gelang es dem Feind weiter nach Norden vorstoßend in die in Anlehnung an die Marginiolinie gezogene HKL im rechten Nachbarabschnitt westlich Rohrbach einzubrechen. Zur Abwehr eines drohenden Einbruches in der rechten Flanke und Umfassung des rechten Flügels der Division, wird die Panzerabteilung unter Belassung eines Panzerzuges gegen 13 Uhr aus dem Raum Montbran herausgezogen und zum Einsatz am Lais der Villawald bereitgestellt. Die Panther ziehen in Lambach unter, im Zuge der Auskämmungsaktion der Trosse und der rückwärtigen Dienste werden auf Befehl der Abteilung rund 20 Mann unter Führung des Feldwebels Lane aus der Versorgungskompanie herausgezogen und zur Infanteristischen Nahsicherung der Panzer der Abteilung seit dem 5.12. eingesetzt. Dieser Infanteriezug wird auf einem LKW beweglich gemacht. Bei der Abteilung trifft der Divisionstagesbefehl Nummer 15 ein, wonach der Abteilungsführer Hauptmann Arndt gemäß Verfügung OKH PA AG P13 vom 28.10.44 mit Wirkung vom 01.11.44 zum Kommandeur der Panzerabteilung 5 ernannt worden ist. Gemäß Divisionsbefehl hat die Abteilung die noch im Raum Duttweiler liegenden Teile der Instandsetzungsdienste in den Raum südlich des Truppenübungsplatzes Baumholder am Kusel zu verlegen. Zur Erkundung und Vorbereitung der Unterkünfte wird Leutnant Kleinhans am 05.12. mit einem Vorkommando dorthin Marsch gesetzt. Als Ordnanzoffizier wird er für die Zeit seiner Abwesenheit von Leutnant Lutz vertreten. 07.12.44 Abteilung hat einsatzbereit fünf Panther, ein Panzerjäger, ein SPW. In der Nacht vom 06. auf den 07. wird der noch in Entchenberg belassene Panzerjäger befehlsmäßig zurückgezogen, da die Brücke auf seinem Rückmarschweg in Euchenberg gesprengt wird. Im Morgengrauen gehen fünf Panzer und ein Panzerjäger am Westrand des Derwiderwaldes in Stellung. Der Tag verläuft ruhig und ohne Feindberührung. Am Abend trifft ein weiterer instandgesetzter Panzerjäger unter Führung von Leutnant Görbing beim Abteilungsgefechtsstand ein und wird am 08.12.44 erstmalig wieder eingesetzt. In der Nacht bleiben die Panzer in ihren Stellung. 08.12.44 Die Panzer werden am Südrand der Ortschaft Klein-Räderingen beim Morgengrauen so in Stellung gebracht, dass sie vor der HKL im Abschnitt der ersten Kompanie Panzerregiment 119 wirken können. Auch an diesem Tage greift der Feind den Abschnitt, in dem die Abteilung eingesetzt ist, nicht an. Gegen 23 Uhr erreicht die Abteilung der Befehl, die im Leder Widerwald eingesetzten Panzer herauszuziehen, um für einen erneuten Einsatz im linken Abschnitt der Division bereitgestellt zu werden. 09.12. Danach zum 09.12 zieht der Abteilungsgefechtsstand in der Freudenberg-Fermee drei Kilometer westlich Bitsch unter. Die Panzer marschieren im Laufe der Nacht nach Bitsch und werden am frühen Morgen im Zuge der Straße Lemberg-Bitsch zur Abwehr erwartete Panzerangriffe mit je einer Gruppe von zwei Fahrzeugen bei Schiebaggerbach und bei Straßengabel Bitsch Lemberg und Bitsch Motorhaus Höhe 304 eingesetzt. Im Laufe des Vormittages wird am Westrand von Bitsch der neue Gefechtsstand eingerichtet. Der durch Arturietreffer am Vortage vorübergehend ausgefallene Panzer 301 wird am späten Nachmittag wieder instand gesetzt. Der Tag verläuft ohne Feindberührung. 10.12. Die Abteilung hat einsatzbereit fünf Panther, einen Panzerjäger, einen SPW. Im Verlauf des Feindangriffes im Abschnitt der 25. Panzergrenadierdivision zeichnet sich an deren linken Flügeln im Zuge der nach Bitsch führenden Straße ein neuer Schwerpunkt ab, um die Fahrzeuge bei den unübersichtlichen Waldgelände infanteristisch hinreichend zu sichern, werden der Abteilung zwei SPW des Panzergrenadierregiments 119 zugeführt und unterstellt. Ein Kanonen SPW und ein SPW mit 1,5 cm Drilling. Am Nachmittag werden zwei Panzer mit den SPW im Zuge der Straße Monterhaus, Bridge südlich des Sommerkopfes, beim Übergang dieser Straße über die Eisenbahnlinie Beach-Lemberg zur Abwehr und Sicherung gegen den gemeldeten Angriff von fünf Feindpanzern und zwei Kompanien Infanterie auf diesen Bahnübergang eingesetzt. Nach Einbruch der Dunkelheit stellt der Feind den Angriff ein, mit dem er den Bahnübergang von beiden Seiten mit Infanterie umgangen hatte. Da unter diesen Umständen in dem besonders unübersichtlichen Waldabschnitt die ausreichende infanteristische Sicherung für die Nacht nicht gesichert erscheint, werden alle Fahrzeuge gegen 19 Uhr 3 km bis Höhe 304 zurückgezogen und dort die Straßensicherung nach Südosten zu übernehmen. Im Wochen des Abends treffen aus der Instandsetzung bei der Abteilung ein ein Panther, ein Panzerjäger und zwei Beutepanzer, Charmen, zwei Flakpanzer, die mit Morgengrauen des nächsten Tages zum Einsatz gebracht werden. 11.12.44 Abteilung hat einsatzbereit sechs Panther, zwei Charmen, ein Panzerjäger, zwei Flakpanzer, ein SPW. Die Abteilung sichert mit ihren Panzern weiterhin die von Breach nach Süden und Südosten führenden Straßen aus den bisherigen Stellungen. Dabei kommt es zu keiner Feindbührung. Seit vier Tagen befindet sich bei der Abteilung auf befehlte Division ein Oberwachmeister der ersten Abteilung Artillerie Regiment 25 als vorgeschobener Beobachter, der auf dem Panzerbefehlswagen 002 eingesetzt wird und von da aus in Funkverbindung mit seiner Abteilung steht. Der schon seit drei Tagen der Panzerjägerabteilung 25 unterstellte Panzerjäger wurde am 10.12. um ein Charmen verstärkt. Die Flakpanzer wurden zum Einsatz im Raum Beach bereitgestellt. 12.12.44 In der Nacht zum 12.12. erhält die Abteilung den Auftrag außerdem den Raum südostwärts von Beach gegen feindliche Panzerangriffe zu sichern. Infolge der in der Stadt zurückgeführten Straßensperren verschiebt sich damit der Schwerpunkt des Einsatzes der Abteilung in das ostwärtige Stadtgebiet. Der Abteilungsgefechtsstand wird vom Westrand zum Nordausgang von Beach verlegt. Instandsetzungsgruppen und Bergezug verlegen auf befehlte Division nach Hanwiller. Es bleiben am 12.12. eingesetzt ein Panther, ein Charmen an der Straßengabel ein Kilometer südlich Beach, ein Panther am Südausgang der Stadt im Zuge der HKL mit Wirkung nach Süden, ein Panther südlich des Bahnhofs Beach mit Wirkung nach Südosten. Zwei Panther werden zur Abwehr erwarteter Feindangriffe aus Südosten am Nordhang des Kindlberges bereitgestellt. Verlauf des Nachmittags vernichtet der an der Straßengabel 304 südlich Beach stehende Panzer einen in Zugstärke über die Straße von Lemberg vorfühlenden feindlichen Spähtrupp. Im Übrigen bleiben die im Raum Beach eingesetzten Panzer ohne Feindbehörungen. Die bei der Panzerjägerabteilung 25 südlich Schaubach eingesetzten Panzer bekämpfen mit bester Wirkung einen feindlichen Infanterieangriff. Der zur Abteilung kommandierte VB geht zu seiner Einer zurück um die Bekämpfung von Feindzielen von der Zitadelle Beach aus zu unternehmen. Die Versorgungskompanie der Abteilung verlegt ihre Ortsunterkunft von Niederwürzbach nach Mittelbrunn südlich Landstuhl in der Pfalz. Aus den Aufklärungsergebnissen ergibt sich, dass der Feind nur äußerst zögernd auf Beach vorfühlt. Während andererseits im Laufe des 12.12. ein klarer feindlicher Angriffsschwerpunkt am rechten Flügel der Division besonders beim rechten Nachbar erkennbar wird. Die Aufklärungsergebnisse von dem rechten Flügel der Division lassen einen Angriff mit dem Schwerpunkt im Zuge der Straße von der Freudenberg-Ferme nach Nussweiler für den 13.12. als bevorstehend erscheinen. Dies veranlasst die Division für die Nacht für den 13.12. eine Umgliederung der Abteilung zu befehlen. Unter Zurücklassung eines Panthers und eines Sherman am Stadtrand von Beach zur Abwehr von Feindangriffen längs der Straße vor Mühle werden die übrigen Fahrzeuge aus dem Raum von Beach herausgezogen und am 13.12. im Raum von Simmershof zum Einsatz gebracht. Die der Panzerjägerabteilung 25 unterstellten beiden Fahrzeuge werden der Abteilung am 13.12. unter Aufrechterhaltung ihres Auftrages zur Abwehr von Feindangriffen südlich von Schorbach der Abteilung wieder unterstellt. Abteilung hat einsatzbereit sechs Panther, ein Panzerjäger, zwei Sherman, zwei Flakpanzer, ein SPW. Der Abteilungsgefechtsstand wird am 13.12. nach Schorbach verlegt. Es gelingt einen am Vormittag des 13.12. auf das Werk Simmerhof der Margino-Linie geführten feindlichen Infanterieangriff mit Flammenwerfern durch die Panzer der Abteilung mit MG und Sprenggranaten zu zerschlagen. 14.12. Einsatz der Abteilung wie am Vortage mit dem Schwerpunkt im Raum des Werkes Simmerhof. Dort Sicherung der Straße Freudenberg-Ferme. Nussweiler gegen Panzerangriffe. Abteilungsgefechtsstand erhält Atelierfreudtreffer, dadurch ein Melder gefallen, zwei Mann verwundet. Der südlich Schorbach im Zuge der Straße nach Höhe 417 eingesetzte Panzerjäger mit Leutnant Görbing bekommt einen Ateliertreffer, sodass er herausgezogen werden muss. Beim Abschleppen fährt der Panzerjäger sich an den verschlammten Waldwegen südlich 410 völlig fest. 8. Januar 1945. Die Abteilung hat einsatzbereit 20 Panther, drei Panzerjäger. Die Kompanien treffen bei Tagesanbruch auf ihrem Marsch von Bergzabern über Oberotterbach-Rechtenbach-Schweigen-Weißenburg vor Schleital ein. Bei Erkundung des der Abteilung durch die Division zugewiesenen Raumes zum Unterziehen der Fahrzeuge im Wald nördlich Schleital fährt der Ordnanzoffizier Oberfinrich Sieber mit seinem Volkswagen auf eine Minensperre, die die Amerikaner vorher dort angelegt hatten. Dabei wird der Oberfinrich Sieber tödlich verwundet. Die vor Schleital stehenden Panzer der Abteilung ziehen daher für den Tag in der Ortschaft selbst gegen Fliegersicht gedeckt unter. Am Abend kehrt der Kommandeur von einer Besprechung von der Division zurück und gibt den Kompaniechefs den Befehl zum Angriff am 09.01.45 im Raume westlich Niederrödern bekannt. 9.01.45 Die Kompanien marschieren hierzu im Laufe der Nacht über Salmbach, Ober-Lauterbach, Winzenbach, Schaffhausen bis an den Osteingang von Niederrödern. Der Kommandeur gibt gegen 4.30 Uhr in Schaffhausen nachdem die Abteilung der gepanzerten Kampfgruppe Mayer-Hus, Führer des Panzergrenadierregiments 119 unterstellt worden ist, den Kompaniechefs die letzten Befehle zur Durchführung des Angriffes. Zur Abteilung war am 08.01.45 eine aus 14 Flammpanzern 38 bestehende Flammpanzerkompanie getreten und ihr in jeder Hinsicht unterstellt worden. Führer der Kompanie Leutnant Ritter. Bei Tagesanbruch des 9.01.45 ziehen die Panzer der Abteilung fliegergedeckt in Niederrödern unter. Kurz nach 9 Uhr werden die Einheiten alarmiert und beschleunigt der Abmarsch in den Wald südlich Niederrödern zur Bereitstellung der Abteilung zum Angriff im Zuge der Straße Sells hatten befohlen. Gegen 10 Uhr spricht General Burmeister zum letzten Mal mit dem Abteilungskommandeur. Gegen 10.30 Uhr fährt die Abteilung bis an den Westrand des südlich Niederrödern gelegenen Hattener Waldes vor und gliedert sich dort in einem kurzen Aufmarschhalt zum Angriff. Am frühen Morgen war die Panzerjägerabteilung 25 mit zwei Sturmgeschützten Kompanien aus dem Hattener Wald heraus mit Infanterieunterstützung zum Angriff auf Hatten angetreten und war nach Verlust eines Großteils ihrer eingesetzten Fahrzeuge im übermächtigen Feindfeuer zusammengeschlagen worden. Der Angriff der Panzergranadiere war vor den Bunkern der Maginotlinie liegen geblieben. Nach kurzem Feuerschlag mit allen Rohren der Abteilung auf die erkannten Feindziele längs der HKL der Maginotlinie tritt die Abteilung in breiter Front aus dem Hattener Wald heraus zum Angriff an. Die Führung der Abteilung auf dem Gefechtsfeld wird dadurch ernstlich gefährdet, dass ein ordnungsgemäßer Funkverkehr innerhalb der Abteilung nicht zustande kommt, da bei den soeben ankommenden neuen Panzern keine Möglichkeit zum Eichen der Geräte und ihrer Abstimmung bestanden hatte. Die Abteilung hielt den Auftrag nördlich des Aschbruchwaldes entlang südlich Hatten und südlich Rittershofen vorbei vorzustoßen und das Dorf Kühlendorf zu nehmen. Vorwärts traten die erste Kompanie rechts mit dem Auftrag der Sicherung und der rechten Flanke gegen die Ortschaften Hatten und Rittershofen, die zweite Kompanie in der Mitte hinter der ersten Kompanie, die dritte Kompanie und links mit dem Auftrag zur Sicherung der linken Flanke gegen den Waldrand die vierte Kompanie zum Angriff an. Von der dritte Kompanie 8 Panzer 5 zusammen 18 Panther, von der vierten Kompanie 3 Panzerjäger. Die Flammenpanzerkompanie trat mit 6 Flammenpanzern 38T an. Infolge des fast völligen Ausfalls aller Funkgeräte wurde die Abteilung und die Kompanie fast ausschließlich durch das persönliche Beispiel des Abteilungskommandeurs und der Kompaniechefs geführt. Im raschen Vorstoß gelang es die HKL der Maginol-Linie längs der ersten Bunkerlinie zwischen der Eisenbahn Hatten, Niederrödern und der Straße Sels-Hatten zu durchstoßen. Dabei wurde der an der Straßengabel Förstfeld Hatten, Sels-Hatten beim Forsthaus Esch gelegene Kampfbunker von Flammenpanzern ausgeräuchert, sodass sich die Besatzung ergab. Die Panzer der ersten Kompanie kämpften kleinere Bunker und Kampfstände, die im Angriffsbereich lagen, nieder. Die 2. Kompanie bekämpfte mit guter Wirkung in der linken Flanke auftretende Ziele. So wurde von Oberleutnant Höcker der Bunker bei Höhe 152 hart ostwärts Hatten durch Schadenbeschuss bekämpft und seine Waffen außer Gefecht gesetzt, vom gleichen Panzer ein vor dem Ortsrand eingegrabter Feindpanzer, vom Typ Sherman in Brand geschossen und vernichtet sowie weitere Bunker und Kampfstände niedergekämpft. Im fortschreitenden Angriff südlich Hatten vorbei werden von Panzern der 1. und 3. Kompanie Pax am Waldrand niedergekämpft. Stabsfeldwebel Schulze 1. Kompanie schoss mit seinem Panzer ein Sherman ab. Gleichfalls gelang es Leutnant Lutz 1. Kompanie und Unteroffizier Steinbach 3. Kompanie hier einen weiteren Feindpanzer vom Typ Sherman abzuschießen. Im Verlauf des Angriffes, der an Hatten vorbei dann die Bahnlinie überquerend in Richtung auf Niederbettstorf vorgetragen wurde, verstärkte sich das feindliche Artilleriefeuer und das Feuer von Feindpacks und Feindpanzern immer mehr, sodass der Reihe nach die Fahrzeuge mit Schäden aller Art zum Teil bewegungsunfähig ausfielen. Der Abteilungskommandeur war gegen 15.30 Uhr zuletzt mit etwa 5 Panzern bis 300 Meter an den Südrand von Rittershofen vorgestoßen. Der Feind schoss mit Pax und Panzern aus Rittershofen heraus, aus dem Gelände zwischen Rittershofen und dem Walde und flakierend aus dem Waldrand heraus auf die wenigen noch übrig gebliebenen Panzer. Da gab Hauptmann Arndt gegen 15.45 Uhr durch Funk den Befehl in Hatten zu sammeln. 15.50 Uhr setzte er einen letzten Funkspruch mit dem Befehl am Westrand von Hatten mit allen Wagen zu sammeln ab. Die nachstoßenden Wagen setzten daraufhin nach Hatten zurück, während es Hauptmann Arndt mit den vordersten Panzern, mit Ausnahme von Leutnant Pfeil, nicht mehr gelang, sich vom Feinde zu lösen. Die letzten vier Panzer der Abteilung, die am weitesten nach Westen vorgestoßen waren, wurden dicht südostwärts Rittershofen von Feindpax und Feindpanzern abgeschossen und vernichtet. Darunter auch Hauptmann Arndt, bei dem der Enno der Abteilung Leutnant zu Stege mit fuhr. Einzelne Angehörige der Besatzung konnten aus den in Brand geratenen Panzern ausboten und wollten dem wütenden Feindfeuer durch Flucht in dem von Feind besetzten Wald entgehen, was ihnen anscheinend unbekannt war. Der schwer verwundete Obergefreite Nowak 2. Kompanie kroch schwer verwundet in einen Graben zur Ausgangsstellung im Hattener Wald zurück. Er hatte die in den Wald hinüberlaufenden und ausgebotenen Angehörigen der Abteilung gesehen und gesprochen. Der Kommandeur war nicht darunter. Außerdem waren in ihren Panzern Leutnant Möhring 2. Kompanie und Leutnant Stachelscheid 4. Kompanie gefallen. Sechs Panzer 5 und zwei Panzerjäger waren vom Feinde abgeschossen und durch Brand vernichtet. Drei weitere Panzer 5 bergefähig auf dem Gefechtsfeld liegen geblieben. Sechs Panzer 5 mussten zur Instandsetzung zurückgezogen werden. Am Abend des 9. Januar sammelten sich noch fünf einsatzbereite Panther und ein Panzerjäger, die zur Sicherung des inzwischen von Flammpanzern und von auf SPW aufgesessenen Granadieren genommenen Ortsteil von Hatten eingesetzt wurden. Es war gelungen, den Südteil von Hatten südlich der Kirche und den Ostteil von Hatten ostwärts der Kirche zu nehmen, während der Westteil der Ortschaft fest in der Hand des Feindes blieb. Unterstützt wurde die 25. Panzergrenadierdivision durch einen gleichzeitig auf den Nordrand von Hatten angesetzten und vorgetragenen Angriff der 21. Panzerdivision. Der in Hatten zur Zeit anwesende dienstälteste Offizier der Division, gleichzeitig Kampfgruppenkommandeur Mario Hus, übertrug die Führung der Abteilung an Hauptmann Töpfer, Kompaniechef, 1. Kompanie. Gesamtpersonalverluste außer den schon genannten Offizieren, Leutnant Lutz, 1. Kompanie, durch Granatsplitter verwundet. Zwei Unteroffiziere und fünf Mannschaften verwundet. Vier Unteroffiziere und zwölf Mannschaften vermisst. Fünf Unteroffiziere und drei Mannschaften gefallen. 10. Januar 1945. Abteilung hat einsatzbereit acht Panther, ein Panzerjäger, ein Sherman, zwei Flammpanzer. Am frühen Morgen stößt der Feind mit sechs Panzern vom Typ Sherman von Südwesten auf den Südrand von Hatten vor. Stabsfeldwebel Schulze, 1. Kompanie gelingt es, einen dieser sechs Wagen in Brand zu schießen und zu vernichten, worauf die übrigen fünf Feindpanzer abdrehen. Im Laufe der Nacht zum 10. waren die in Hatten eingesetzten Kampfgruppen durch zwei Panzer 5 der 2. Kompanie, die am 9.1. nicht im Einsatz gewesen waren und aus der Instandsetzung kamen, unter Führung von Leutnant Lacheschmidt verstärkt worden. Nachmittags gegen 16 Uhr gegen Angriffe der Amerikaner auf Hatten und südwestliche Richtung unterstützt durch fünf Charmin-Panzer. Die Abteilung mit elf einsatzbereiten Wagen hatte den Auftrag, sich bis 16.30 Uhr am Westrand des Südteils des Dorfes hatten, zusammen mit einer Kompanie Panzergranadieren zum Angriff auf Rittershofen bereitzustellen. Dazu wurden der Abteilung fünf Sturmgeschütze und fünf Panzerjäger der Panzerjägerabteilung 220 unterstellt. Während der Bereitstellung erfolgte der Gegenangriff der Amerikaner. Zur gleichen Zeit griff der Feind von Shermans unterstützt den Nordrand von Hatten an. Zur Abwehr der von Nordwesten angreifenden feindlichen Panzer erhielt der Abteilungsführer den Auftrag, mit vier Panzern fünf Hatten ostwärts umfahrend die Feindpanzer nördlich Hatten abzuwehren. Der auf 16.30 Uhr angesetzte Angriff wurde abgeblasen und die restlichen Panzer der Abteilung als Ortssicherung am Südrand von Hatten eingesetzt. Infolge der hereinbrechenden Dunkelheit gelang es den vier Panzer V trotz eifrigstem Suchen nördlich von Hatten nicht die Feindpanzer aufzuspüren. Sie wurden um 19 Uhr durch Funkspruch in den Südteil von Hatten zurückbefohlen. Bei diesem Unternehmen fielen zwei Panzer V in den Obstgärten von Hatten durch Beschädigung an der Kanone aus. In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar bekam der Abteilungsführer um 0.20 Uhr den Befehl um 5 Uhr als linke Kampfgruppe der Division von der Straße Bühl-Hatten als Bereitstellungsraum Rittershofen anzugreifen. Eingesetzte Panzer V neun Stück. Gliederung zum Angriff. Panzerabteilung V in breiter Front voraus. Dahinter dicht folgend auf SPW aufgesessenen 1. Kompanie Panzergrenadierregiment 119. Rechts von dieser Kampfgruppe im unmittelbaren Anschluss greift die Kampfgruppe Major Hus an. Auftrag mit Morgengrauen in Rittershofen einzubrechen, den Ortsteil zu nehmen und das Dorf zu halten. 11. Januar 1945. Um vier Uhr erfolgte die Befehlsausgabe durch den Divisionskommandeur in Hatten. Um drei Uhr zogen die Panzer unter Führung von Leutnant Pfeil vom Südteil Hatten durch Hatten durch in den Bereitstellungsraum nördlich Hatten westlich der Straße Hattenbühl. Beim Durchziehen durch Hatten wurde in gegen Kirche Hatten der Panzer des Leutnant Pfeil durch Ofenrohr bewegungsunfähig geschossen. Zum Bergen des abgeschossenen Panzers blieben zwei Panzer V zurück, sodass die Abteilung mit fünf Wagen sich bereitstellte. Ein Wagen hatte noch Kanonenschaden. Auf dem Bereitstellungsraum lag feindliches Artillerie Störfeuer, das jedoch keine Verluste verursachte. Kurz nach Antreten aus dem Bereitstellungsraum fuhren sich drei Panzer V in Folge Geländeschwierigkeiten fest, wurden jedoch durch nachfolgende Panzer flott gemacht und folgten der Angriffsgruppe und erreichten sie auf halbem Wege Hattenrittershofen. Nach Einbruch der Infanterie in das Dorf übernehmen die Panzer am Ortsrand Richtung Hofen die Sicherung gegen Feindpanzer. Leutnant Lacheschmid schoss hierbei zwei Schermans ab. Die Abteilung hatte für die Sicherung noch drei einsatzbereite Panzer V zur Verfügung, von denen einer im Laufe des Tages durch Treffer auf die Kanone ausfiel. Gegen Abend trifft der nach mehrwöchiger Lanzarettzeit von einer Gelbsucht genesene Abteilungsadjutant Oberleutnant Leibenfrost auf dem Abteilungsgefechtsstand in Niederrödern ein und fährt am gleichen Abend mit dem Versorgungspw der Abteilung nach Hatten, um sich dort beim stellvertretenden Abteilungsführer Hauptmann Töpfer zurückzumelden. Am 12. Januar Nachmittags kehrt er nach Niederrödern zurück und übernimmt von Oberleutnant Höcker, der nach Ausfall des Kommandeurs die Adjutantengeschäfte hatte, die Führung der Adjutantengeschäfte. Am 12. Januar 1945 Abteilung hat einsatzbereit sechs Panzer, ein Panzerjäger, ein Sherman, ein Flakpanzer, drei Flammpanzer. Sicherung des Ortsrandes von Hatten nach Hofen. Abwehr eines feindlichen Gegenangriffes am Spätnachmittag. Abends in Maßsetzung des noch in Hatten stehenden einsatzbereiten Chefpanzers der 1. Kompanie nach Rittershofen sowie in Maßsetzung von Leutnant Görbing mit einem Panzerjäger und Leutnant Weick mit einem Panzer 5 von Niederrödern nach Rittershofen. Am Abend fahren zwei nicht einsatzbereite Panzer 5 unter Führung von Leutnant Lachenschmied nach Rittershofen zurück. Der Wagen von Uftz Stiegler, dritte Kompanie wird abgeschossen, Kommandant gefallen. 13. Januar 1945 Rückkehr von Hauptmann Töpfer aus Rittershofen. Sicherung und Abwehr von feindlichen Gegenangriffen seit 7.30 Uhr. Dabei Einsatz eines Panzer 5 und eines Sturmgeschützes im Dorf auf der Straße von Hofen nach Süden gegen die auf der Straße von Kühlendorf nach Rittershofen hineingeführten Sherman. Leutnant Görbing schoss hierbei im Straßenkampf zwei Sherman ab. Leutnant Weick wurde im Straßenkampf durch Ofenrohr abgeschossen und brannte aus. Zwei Mann der Besatzung verwundet. Am Abend um 21 Uhr wurden drei Flammpanzer in Verbindung mit Sturmgeschützen der Panzerjägerabteilung 25 gegen den Westeingang von Rittershofen eingesetzt. Zur gleichen Zeit wurden zwei weitere Flammpanzer von Osten her zur Säuberung einer Straße eingesetzt. Bei dem Einsatz des Westeinganges von Rittershofen gingen zwei Flammpanzer durch Pack verloren. Ebenfalls wurde das begleitende Sturmgeschütz abgeschossen. Dabei fielen zwei Mann der Besatzung. Die von Osten her eingesetzten Flammpanzer kamen 500 Meter in den Ort hinein. Dabei fuhr der erste Flammpanzer auf Mine und blieb bewegungsunfähig liegen. Der zweite Flammpanzer wurde durch Nahkampfmittel am Leitrad beschädigt und musste zurück. Der neue Abteilungsführer Hauptmann Schulz trifft gegen Abend beim Abteilungsgefechtsstand in Niederrödern ein. Ortsunterkünfte der Abteilung am 10. Januar 1945, Abteilungsgefechtsstand in Niederrödern, vorgeschobene Staffel in Schaffhausen. Versorgungskompanie ohne Verwaltungsteil und ohne Kompanie in Neweiler. Verwaltungsstaffel bei der Versorgungskompanie und erste bis vierte Kompanie in Berg, nordostwärts Lautenburg. 14. Januar 1945, Abteilung hat einsatzbereit zwei Panther, ein Panzerjäger, ein Sherman, ein Flammpanzer und ein Flakpanzer. Nachdem Hauptmann Töpfer am 12. Januar auf Befehl des Divisionskommandeurs von Rittershofen nach Niederrödern zurückgekehrt war, wurde Leutnant Lacheschmidt die Führung der noch im Raum von Rittershofen eingesetzten Panzer übertragen. Am 14. Januar war in Rittershofen noch eingesetzt, ein Panzer 5 unter Leutnant Lacheschmidt, ein Panzer 5 unter Unteroffizier Schneppenhorst, ein Panzer 5 unter Unteroffizier Strauß, dritte Kompanie, ein Panzerjäger unter Leutnant Görbing. Auftrag der Wagen am 14. Januar 1945, Sicherung der Nordausgänge von Rittershofen und der in der Ortsmitte, die noch vom Feind besetzt war, führende Straßen. Am ganzen Tag heftiger wechselseitiger Feuerkampf zwischen Pax und Sherman auf der einen und den Panzern der Abteilung auf der anderen Seite. Durch Treffer auf die Walzenblende mit dem amerikanischen Ofenrohr Bazooka fällt der Panzer von Ufts Schneppenhorst aus, während der Wagen von Leutnant Langenschmidt durch zwei Granatwerfer Volltreffer beschädigt wird. Und Offizier Straub von der Dritten Kompanie fällt durch Granatsplitter eine Sprenggranate. Dieser Panzer fiel im Laufe des Nachmittags mit technischen Schäden aus. Nachdem am 14. Januar ebenfalls alle in Rittershofen eingesetzten Panther durch Feindeinwirkung ausgefallen und instandsetzungsbedürftig geworden waren, gab die Division den Befehl, die Wagen nach Niederrödern zurückzuziehen. Leutnant Görbing blieb mit seinem Jäger noch bis zum 15. Januar im Rittershofen im Einsatz, bis auch sein Wagen durch Feindbeschuss ausfiel und am 15. Januar aus Rittershofen abgeschleppt wurde. Schwerpunkt der dem stellvertretenden Abteilungsführer von der Division übertragenen Auftrages ist die beschleunigte Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Abteilung und damit die beschleunigte Instandsetzung der Fahrzeuge. Am 10. Januar hatte Assistenzarzt Knödelmeier beim Divisionskommandeur den Befehl erhalten, in Zusammenarbeit mit Oberarzt Dietrich, Regimentsarzt Panzergarnadier Regiment 35, in Rittershofen einen Truppenverbandsplatz einzurichten und den Sann-SPW der Abteilung zum Abtransport von Verwundeten einzusetzen. 15. Januar 1945 Nach Herauslösung der eingesetzten Panzer der Abteilung aus dem Einsatz wird der Abteilungsgefechtsstand von Niederrödern nach Schaffhausen verlegt. Der Abteilungsführer besucht die Werkstätten und veranlasst die beschleunigte Wiederherstellung der Schäden an den ausgefallenen Panzern. Durchführung der Instandsetzung der ausgefallenen Panzer. Die Division gibt den Befehl alle aus der Instandsetzung kommenden Panzer in Schaffhausen zu sammeln. 17. Januar 1945 Abteilung hat einsatzbereit 5 Panther, ein Shaman, ein Flakpanzer, ein Flammpanzer. Da die Feindangriffe von Süden her auf Hatten ständig fortgesetzt werden, hält die Abteilung Befehl mit zwei einsatzbereiten Panthern die Sicherung des ostwärts von Hatten gelegenen Waldrandes gegen auftretende Feindpanzer zu sichern. Beim Vorziehen in die befohlene Feuerstellung bekommt Leutnant Gattermeier von dem Abteilungskommandeur des 35. Regimentes den Befehl bis an den Südrand von Hatten vorzuziehen und dort in Stellung zu gehen. Beim Vorfahren geraten die Panzer in das Feuer feindlicher Pax und werden dabei abgeschossen. Leutnant Gattermeier wird verwundet. 19. Januar 1945 Der Reihe nach treffen in der Werkstatt fertiggestellte Panzer im Raum von Schaffenhausen ein und ziehen dort Flieger getarnt unter. Abends findet im Abteilungsgefechtsstand eine Offiziersbesprechung statt. Besonderen Nachdruck legt der Kommandeur auf beschleunigte Zuführung der instand gesetzten Panzer, die aus der Werkstatt kommen. 20. Januar 1945 Die Abteilung hat einsatzbereit drei Panther, vier Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein Panzer IV und ein Flammpanzer. Im Laufe des Vormittags trifft Hauptmann Rostock von der Führerreserve Bad Dürheim bei der Abteilung ein. 21. Januar 1945 Vormittags gegen 11 Uhr besucht der Divisionskommandeur die Abteilung auf dem Gefechtsstand in Schaffhausen und spricht zu den versammelten Offizieren. Dabei wird Hauptmann Rostock zum Abteilungsführer der Panzerabteilung V ernannt, während der zur Verwendung als Kompanieführer versetzte Hauptmann Schulz als Kompaniechef die Führung der dritten Kompanie übernimmt. In den späten Abendstunden trifft bei der Abteilung von der Division der Befehl ein, dem sie nach Westen und Südwesten absetzenden Feind im Verfolgungsmarsch zu folgen und in seine Absetzbewegung hineinzustoßen. Gegen 23.30 Uhr wird bei der Division der Befehl zum Vormarsch ausgegeben. Dabei wird die Abteilung der gepanzerten Gruppe Hus unterstellt. Eine Panzergranadierkompanie sitzt auf den Panzern der Abteilung auf. 22. Januar 1945 Gegen 1 Uhr treten aus Niederrödern an 5 Panzer V, 4 Panzerjäger, 1 Panzer IV und 5 Flammpanzer. Die Führung der Kampfgruppe übernimmt Hauptmann Schulz, der mit dem Abteilungskommandeur die Verbindung mit Major Hus in Rittershofen herstellt. Weiter Marsch ab Rittershofen gegen 9 Uhr über Kühlendorf nach Hovilla. Nach kurzer Raste in Hovilla weiter Marsch nach Reimersvilla und nach Surburg. Hier wird eine kurze Marschpause eingelegt, um die Aufklärungsergebnisse der von der Panzeraufklärungsabteilung 25 in dem Raum Grundstadt, Biblisheim, Walburg, Eschbach vorgetriebene Volkswagen Spähtrupps abzuwarten. Gegen 13 Uhr tritt die Gruppe Hus aus Surburg auf der Straße nach Süden, also Hagenau, an und erreicht mit vordersten Teilen in Punkt 169 nach Westen abbiegend über Walburg, Eschbach. Die Kampfgruppe der Abteilung wird ostwärts des Bahnhofes Walburg durch Divisionsbefehl angehalten. Der Befehl wird mit Schwierigkeiten in der Betriebsstoffversorgung begründet. Tatsächlich war die Betriebsstoffversorgung in Folge von Sparmaßnahmen in den letzten Wochen immer schwieriger geworden. Zudem hatte man mit der Möglichkeit einer Absetzbewegung des Feindes nicht im Entferntesten gerechnet, sodass die für eine Verfolgung für eine gepanzerte Kampfgruppe erforderlichen Betriebsstoffmengen nicht verfügbar waren. Noch am gleichen Tage wurde von der Division motorisierter Aufklärung gegen den Modeabschnitt angesetzt und vorgetrieben. Dabei kamen die Spähtrupps erstmalig im Raume des dem Modeabschnitt vorgelagerten Forsthauses Zinzell mit Gefechtsvorposten des Feindes in Kampfberührung. Die Gefechtsvorposten wurden auf den Modeabschnitt zurückgeworfen. Die Panzer der Abteilung zogen gegen Abend am Waldrand hartostwärts Walburg unter. 23. Januar 1945 Gegen 3 Uhr werden die Panzer der Abteilung in den Raum südlich von Eschbach nachgezogen und längs der Straße Eschbach-Schweighausen zum Angriff bereitgestellt. Gegen Schweighausen vorgetriebene Aufklärung ergibt, dass der Ort auch beiderseits der Ortschaft der gesamten Modeabschnitt vom Feinde stark besetzt ist. Im Verlauf des Tages auf rückwärtigen Straßen im Raum von Eschbach-Walburg einsetzendes Artilleriefeuer zeigt, dass der Feind südlich des Modeabschnittes seinen Artillerieaufmarsch beendet hat und zur Verteidigung übergegangen ist. Die eigene Absicht Schweighausen mit der gepanzerten Gruppe Hus im Handstreich zu nehmen, ohne den eigenen Artillerieaufmarsch abzuwarten, wird daher fallen gelassen. Die vorgeschobene Staffel wird im Laufe des Tages nach Reimersweiler vorgezogen, der Abteilungsgefechtsstand in Eschbach eingerichtet. Die Panzer der Abteilung werden am späten Abend um etwa ein Kilometer längs der Straße Eschbach-Schweighausen nach Norden verlegt, sodass sie in der Nähe von Eschbach am Waldrand gedeckt untergestellt werden können. Die Besatzungen beziehen Ortsunterkunft in Eschbach. 24. Januar 1945 Die Lage dem Vortage gegenüber unverändert. Am 24. Abends werden bei einer Kommandeursbesprechung bei der Division die Befehle zum Angriff für den 25. Januar ausgegeben. 25. Januar 1945 Abteilung hat einsatzbereit sieben Panther, vier Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein Panzer IV und fünf Flammpanzer. Um die am Moderabschnitt errichtete Feindfront zu durchstoßen, trifft die Division mit dem inzwischen nachgezogenen Panzergrenadierregiment 35 um 2 Uhr nachts zum Angriff auf den Moderabschnitt im Raum zwischen Neudorf, südlich Merzweiler und Schweighausen, entgegen der Urbrückermühle an, mit dem Kampfauftrag für das Panzergrenadierregiment 35, entgegen Urbrückermühle einen Brückenkopf über die Moder zu bilden. Die gleichzeitig vom 84. Korps rechts und links der Division angesetzten Angriffsunternehmung über die Moder von der 47. Volksgranadierdivision im Raum von Neuburg von der 7. Fallschirmjägerdivision im Raum von Schweighausen scheitern. Nur der Angriff der 25. Panzergrenadierdivision gewinnt Boden, sodass in den frühen Morgenstunden der Brückenkopf in den befohlenen Ausmaßen gebildet ist. Das Pionierbataillon 25 ist eingesetzt, die an der Urbrückermühle über den Moderabschnitt führende Brücke wiederherzustellen. Die Panzer der Abteilung werden gegen 2 Uhr antretend in den Raum Forsthaus-Zinzel-Eisenbahnübergang nördlich der Urbrückermühle nachgezogen und dort für den Einsatz im feindlichen Hauptkampffeld bereitgestellt. Die für die Beendigung des Brückenbaus angesetzten Termine am 25.01.45 zwischen 8 und 9 Uhr können nicht eingehalten werden. Auch bringen die Misserfolge der Nachbardivision Schwierigkeiten für den Brückenkopf mit sich, da der Feind seine ganze Kraft in Gegenstöße auf den Angriffsstreifen der 25. Panzergrenadierdivision konzentriert. Auf der Feindseite wird noch am Tage neben der 42. amerikanischen Infanteriedivision eine neue amerikanische Panzerdivision festgestellt. Im Verlauf des Abends werden die Verluste im Brückenkopf so stark, dass gegen 23 Uhr die Zurücknahme des südlich der Moder eingesetzten Bataillons hinter die Moder befohlen wird. Hierzu, um den Übergang an der Urbrückermühle gegen nachdringenden Feind offen zu halten, werden die Panzer der Abteilung ab 18 Uhr rechts und links des Modeüberganges nördlich der Moder so in Stellung gebracht, dass bei der Räumung des Brückenkopfes nachdringender Feind niedergehalten oder vernichtet werden kann. Am gleichen Tage wurde mittags die Leiche des gefallenen Kommandeurs der Panzerabteilung 5 Hauptmann Arndt von zwei Kraftfahrern der Versorgungsstaffel aufgefunden und noch am gleichen Tage geborgen und nach Neuweiler zurückgeführt. Leider endet hier das Kriegsteilbuch der jetzt umbenannten Panzerabteilung 5. Wer weiter verfolgen will, was die Männer der Abteilung noch erlebten, müsste sich mal mit der Geschichte der 25. Panzergandidierdivision auseinandersetzen. Soweit mir bekannt ist, kämpfen die Männer noch im Februar an der Oder und sogar noch im April an der Oder-Front. 2. Wo auch ein Wachstum 1. Fertig 1. Fertig 1. Fertig 1. Fertig